Hallo, ich bin der Chris, der österreichische Handelsagent von Roms Nobats und ich möchte euch hier unsere Jugendbindung, nämlich die ACE, vorstellen. Ihr habt es ja gerade gehört, Jugendbindung, das heißt, die Zeiten sind vorbei, wo sich Jugendliche oder Kids kleinere Herrenbindungen oder Damenbindungen nehmen müssen. Die ACE ist wirklich auf Jugendliche, beziehungsweise auf Kids, erstens von der Form her, aber natürlich von der Größe, aber auch vom Flexverhalten auf Jugendliche beziehungsweise Kids abgestimmt. Es ist ja eigentlich immer so ein bisschen Firmenphilosophie, manche Brands machen reine Kunststoffbindungen, manche reine machen reine Alubindungen. Wir bei Roam versuchen hier uns das Beste aus beiden Welten rauszuholen, das heißt, wir verwenden hier einen Aluhilhub, der sich wirklich von unter der Base herumzieht. Das gewährleistet mir eine direkte Kraftübertragung, Fersenkante, Zehnkante. Wir verwenden aber trotzdem eine Kunststoffbase, um uns den natürlichen seitlichen Flex zu behalten. Hinzu kommt, dass wir bei der ACE einen A7-Rap verwenden, das heißt, der fängt außen ganz vorne an, umschließt die Ferse, aber hört dann auf der Außenseite relativ früh auf und das bringt mir noch ein bisschen mehr, ein besseres Flexverhalten. Die Bindung wird sich noch ein bisschen mehr surfy anfühlen. Man kann bei unseren Bindungen extrem viele Einstellungsmöglichkeiten treffen und so die Bindung nochmal speziell an das eigene Fahrverhalten anpassen zu können. Ein Beispiel zum Beispiel ist die Highback-Rotation, weil eigentlich nur wenn man mit 0 Grad die Bindung montiert, schließt der Highback jetzt parallel zur Fersenkante ab. Sobald ich aber ein bisschen einen Winkel montiere, schließt der Highback nicht mehr parallel ab. Jetzt könnte ich hier den Highback nachrotieren, sodass der wieder parallel abschließt mit der Fersenkante und das würde mir nochmal eine bessere Kraftübertragung auf die Fersenkante gewährleisten. Werkzeuglose Vorlagewinkelverstellung bei allen unseren Bindungen möglich, werkzeuglose Strap-Längenverstellung möglich, sowohl beim Toe-Strap als auch beim Ankle-Strap. Und bei der Ace verwenden wir super komfortable, sehr leichte Straps. Der Toe-Strap passt sich perfekt an alle Boots an, genauso wie der Ankle-Strap. Man kann sich hier so richtig schön reinknallen, kann einen super Halt generieren. Umso besser ist dann natürlich auch wieder die Kraftübertragung aufs Board und ich kann mich hier wirklich schön reinknallen, ohne dass die Straps jemals unangenehm oder an unangenehmen Druck ausüben würden. Also kurz zusammengefasst, die Ace ist eine super leichte Bindung ohne viel Schnickschnack, die perfekt auf Jugendliche bzw. auf Kids abgestimmt wurde. Die Ace. D sale nicht. D sale nicht. D sale nicht. D sale nicht. speed bio. track subredata sind. Jetzt und werde das complex kosten. die extrem kosten gemenehm SEL racialmade